Jean-Joseph Charles-Louis Planck war ein französischer utopischer Sozialist und Begründer der Sozialdemokratie. Er suchte die Auswirkungen des Kapitalismus durch eine Reform der Wirtschaft zu mildern, welche sich auf die politische Vorherrschaft der Arbeiterklasse stützt. Sein 1839 veröffentlichtes Hauptwerk Organisation der Arbeit ist noch heute von Bedeutung, als es erstmals ein Recht auf Arbeit als Bürger bzw. Menschenrecht ausspricht. Leben, Blanks Vater war Beamter im spanischen Finanzministerium zu Zeiten des spanischen Königs Josef Bonaparte. Nach dem Sturz Napoleon C. verarmte die Familie, seine schulische Ausbildung erhielt Blank von 1821 bis 1830 auf dem Gymnasium in Roditz. Anschließend zog er nach Paris, um einer journalistischen Tätigkeit nachzugehen. Nachdem diesem Ansinnen jedoch der Erfolg versagt blieb, nahm er zunächst eine Stelle als Hauslehrer bei einem in Aros ansässigen Großindustriellen an. Ab 1834 betätigte er sich so dann erneut in Paris als Journalist und Schriftsteller. Von 1839 bis 1842 war Blank Chefredakteur und Herausgeber der Revue de Pogré-Politique, Social Leilitaire. In denselben Funktionen wirkte er von 1841 bis 1848 bei der Revue Independente und arbeitete zudem ab 1843 für La Reforme. Während der Februar-Revolution von 1848 wurde er Vorsitzender des Arbeiterparlaments und Arbeitsminister, doch blieben seine Reformversuche zum großen Teil erfolglos. Auf seine Ideen zur Preisbindung geht die auch heute in Frankreich noch teilweise übliche Preiskontrolle für bestimmte Grundnahrungsmittel zurück. Nach der Niederschlagung der Revolution von 1848 musste er bis 1870 ins Exil gehen, zunächst in Belgien, später in England. Seine letzten Jahre verbrachte er zum Teil als Abgeordneter in der Nationalversammlung, in der er der äußeren Linken angehörte, sich aber gegen die Pariser Kommune aussprach. Er galt in dieser Zeit als politischer Mentor für die damals jungen Abgeordneten Jean Jowers und George Clemenschau. Werke Organisation du Traveil, Büro de la Societe de l'Industrie Fraternelle, Paris 1847, 5. Auflage, Histoire des Dixans 1830 bis 1840, Partnere, Paris 1842, 2. Auflage, Google Book, Histoire de la Révolution Française, La Croc, Paris 1878, 2. Auflage, 15 Bände, mit Jacques-Cretino Jolie, La Contre-Revolution, Partisans, Wendings, Chouans, Immigrés 1794 bis 1800, Lettre sur l'Angleterre. Dix anis de l'histoire de l'Angleterre. Questions d'aud'ördi et d'édeme.